Willkommen in einer neuen Folge Multiple Dynasty. Hallo, im Modus geht's Modus. Ja, wir müssen jetzt mal kurz ein Messer bauen. Weil ich habe gerade zwei hinterlegt und da ist mir die Kiste aufgefallen. Leider. Leider kann ich da innen mehr. Eigentlich wollte ich es erst zu suchen, wenn ich was geschafft habe. Aber so ein Kiste findet man nicht mehr so oft. Deshalb habe ich alles reingeholt. Oh! Ah! Oh, man. N'est plus pour moi, na raveu, n'est-ce? 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 15 16 18 18 19 18 19 So the main plan is to open the one you got. Thousand molesters. HDX bringt gutes Geld. So, auf geht's. Irgendwo da oben ein WM-Egelgelchen bauen. Aber im Aufbau mag ich einen kleinen Schnitt, sodass du nicht immer so langweilige Sachen mitgucken musst. Ich bin gleich in Udall mal gespielt dazu. Hab gerade auch die Aufnahme abgebrochen. Aber es war geil. Neu gespielt. Wir haben ein Räuberlager gefunden. Wir haben volle Dachmüse ausgerüstet. Ja und viel Geld haben wir noch. Aber im Moment, würde ich sagen, ist das Nebensetzlich. Da weiß ich, wie hat es draus. Oh. Sagen wir das wieder. Ja. Hier fett. Dann kann ich meine wieder verkaufen. Sie haben weniger prozent. Okay. Okay. Gut. Ja, die muss ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Jetzt bin ich ja richtig. Ganz schnell. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ich baue jetzt noch kurz weiter und dann machen wir den Gen-Schnitt-Hörbrückung. Es ist gerade was Geiles passiert. Wir haben die Baugel freigeschaltet. Das heißt, sie muss nicht mehr aus Meister spielen. Wir sind gerade bei uns im Dorf und bauen gerade hier eine kleine Putze auf. Ja, gut. Ja, gut. Hm. Hm, 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 hm. Ich habe die Brücke vergessen. 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 Abwutzig. Die ist nur fertig. Hey, lagos niemen. So. Er meint ja, ich will auch den Animal 20 mit. Da, ich will nicht, ich will nicht. Ich bin bald, ich hätte das gedacht, ich habe einen Stein oder so. Oder hätte ich auch gedacht. Vielen Dank. Um, you know, you make me stick it as I mean, I make me stick it as I'm over in. Okay, wir machen den Überblender und wir dann mal Stöckchen sammeln. Wir sehen uns gleich die letzten Bauarbeiten zu unserer Baumhütte. Wir haben begonnen. Und gleich ESPS. Nein, aber jetzt ist es fertig. Fertig. Na, da ist eure Vorstellen im Bauchhütte. Okay. 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 Jo, das ist richtig gut. Gut, dann müssen wir das andere raushaltig bauen, dass wir hier ein Eingestellten reinkriegen. Und wenn wir die Eingestellten haben, dann können wir die Eingestellten reinkriegen. Vielen Dank. So, aber die Fertigstelle von meinem Haus wird jetzt in die nächste Folge reinpacken. Mit den Worten sag ich, bleib gesund, pass auf und lass mir eventuell einen Daumen nach oben da. Ein Abo, mir super lieb. Bis dann.